Hallo zusammen, ich habe hier eine Kühlbox, also ganz speziell, die haben wir mal vor 25 Jahren gebaut und jetzt hat sie hier neue Thermostate gekriegt, weil die alten Thermostaten, das waren wirklich noch Thermostate, die ziemlich alt waren. Wir schauen uns das Ding jetzt hier von oben her an, also wir sehen die Box, hier wird noch verkleidet und hier, das sieht dann so aus, wir haben hier den Thermostat für den Tiefkühler und hier den Thermostat für den Kühler und hier einen Schalter zum Ein- und Ausschalten und das war dieser alte Thermostat, der konnte wirklich nur Ein- und Aus und mehr nicht, heute kann ein halber Rechner und hier oben ist der Tiefkühler und hier wäre dann der Kühlschrank, hier noch ein bisschen mit Zubehör drin Ja, das ist dieser Kühlschrank oder Kühlbox in einem Schiff, komplett aus Holz, also der Kühlschrank passt vom Design her auch zu dem Kühlschrank und hier hinten haben wir zwei Kühlschrank, also zwei Kühlschrank, BD35, die Teile sind jetzt 22 Jahre alt, funktioniert noch einwandfrei Thermostat ersetzt und jetzt geht das wieder raus zum Kunden Das ist das, was wir so gemacht haben, klar, wir machen auch Kühlboxen, neue Kühlschränke und Batterien Ich wünsche euch, wenn ihr mir wieder mal ein Abo dalässt, einen schönen Tag und eine gute Zeit Darf, das war ich heute mal ein Abo beim Kühlschrank im Moment Vielen Dank.